Natürlich fragen sie sich, wo wir sind und was diese Flagge darstellt. Wir sind in Gabes. Da gab es, der alte Name von Gabes ist ein Berberto-Kunin. Gabes liegt im Süden Tunesiens und ist ungefähr 400 Kilometer von der Hauptstadt Tunis entfernt. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um diese erstaunliche Stadt zu entdecken. Gabes ist nicht nur für die Wüste berühmt, sondern auch für das Meer. El Casma ist einer der bekanntesten Strände in Gabes. Man kann hier Suqjara, den Markt von Jara besuchen, der für Gewürze, Körbe und am meisten für Henne berühmt ist. Hier in Hotel C.D. Dries wurden einige Sequenzen des Films Star Wars oder besser gesagt, Krieg der Sterne gedreht. In Gabes, genauer in der Stadt Matmata, gibt es ein berberisches Höhlen-Dorf. Die Besucher von Matmata werden durch die atemberaubende Schönheit der unterirdischen Häuser und durch die althergebrachte Lebensweise der Einheimischen bezaubert. Und Gares ist auch berühmt für Maqam C.D. Abulubäbel Ansari, das Mausoleon von Abulubäbel Ansari. Und natürlich, die Neue-Moschie-Jara, die Maal-Jedi-Jara. Wenn Sie auf der Suche nach den besten Deutschkursen sind, ist Buster Nugebis die richtige Anlaufstelle für Sie. Besuchen Sie unsere Kurse bei Buster Nugebis und lernen Sie mehr Wörter auf Deutsch. In Gabes können Sie die Wüste erleben, das Meer genießen, die Oasen entdecken und gleichzeitig bei Buster Nugebis Deutsch lernen. Buster Nugebis Buster Nugebis Buster Nugebis Buster Nugebis Buster Nugebis Buster Nugebis